wo ist denn unser vater ist dich diese musik die muss jetzt aber nicht sein dieser dieser hauch wir gehen jetzt halt aber mal nach oben ja es ist gut eben war doch alles schickimicki und jetzt mein pc wird auch mal lauter das licht aus und g was hier ganz viele rechnungen oder oder mahnungen oder sowas passt du keine ahnung um die dunkelheit zu sehen musst du das licht ausmachen ich weiß nicht ob ich das unbedingt will hier sehen wir noch mal ein hochzeitsfoto von der mutter und dem vater was haben wir hier im schrank kann man nicht öffnen okay aber hier waffen schein der vater hatten also ein waffenschein gehabt okay eine perücke was ist denn das trägt die mutter eine perücke oder wie ein safe na gut scheint wohl nichts anderes mehr zu sehen zu sein drücken auch mal ja ich glaube hier hat sich jemand erschossen ist das womöglich der vater gewesen dass der vater gar nicht in einem verkehrsunfall gestorben ist sondern sich umgebracht hat weil er das nicht mehr konnte mit den ganzen rechnungen und sowas man die bilder schon vorher da ist das hier leer also der vater ist jetzt da komplett verschwommen man sieht die nicht mehr die mutter total traurig an das tränen hier so ein bisschen er hat sich er hat sich waffenschein geholt und vermutlich dann kurz darauf erschossen das könnte sein jetzt steht hier irgendwas anderes darauf liebe 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 wollen code dafür finden was ist das hier use build ist verschüttet okay eine kuh ist so milch verschüttet oder wie milch verschüttet waffenschein und trauer oder sowas keine ahnung vielleicht ist er mal gucken wir schauen mal nach unten money gar milch dann brauchen wir was ist denn das alle pistole und dann ich weiß es nicht liebe nicht oder ist es liebe nein sorge oh was soll man denn hier aufnehmen vater und seine briefe er wollte nie mehr weiterspielen nachdem der postbote neu gebracht hatte war er ein spieler oder hat er das geld verzockt oder wie war das was müssen wir denn jetzt machen warum liegen eigentlich tassen da war ja was du hast was schüttet okay wir können damit laufen wo sollen die denn hin ist hier irgendwas ah hier ist ein tesawies oder sowas da können wir sie also hinlegen dann werden wir mal da ist noch oh da in der ecke stand die letzte die werden wir wohl hier hinlegen müssen sonst sehe ich hier nämlich auch gerade nichts anderes was wir tun können was war das denn ah was hat sich das hier geöffnet mutters lieblingsgetränke war traubensaft für erwachsene er rauche widerlich na wovon reden wir wohl und von dem weinen natürlich warum hat sich jetzt die tür geöffnet was geht denn hier ab usw uiuiuiuiui uiuiuiui alter das ist ja ekelhaft ii äh äh Was ist denn jetzt passiert? Und warum bewegt sich das? Gehen wir mal hier rein. Was ist denn hier passiert? Was ist das hier? Untersuchen. Das ist wahrscheinlich so ein Bild. Mutter hat gesagt, dass er beim Autounfall gestorben ist. Sie war so traurig, sie hatte alle Fragen. Sie hasste alle Fragen dazu. Okay. Das Radio ist ausgesteckt, aber das Ding dreht sich ja dennoch. Was ist das denn? Milch. Okay. What have you done? They know. Okay. Ist denn hier so viel Blut dran? Oder ist das die Milch? Dass die Milch irgendwie ins Blut verkörpern soll. Okay, hier können wir was machen. Hier steht doch was drauf, oder? Warte mal, das W kann schon mal da hin. Das S kann da hin. Ein N kann da hin. Ey! Kann da hin. Ein I kann da hin. Ist das ein R oder ist das B bestimmt? A. T vielleicht. H. E. Wo kommt das denn denn da? Vielleicht. Oh! Geil. Äh. Äh. Okay. Wie du dir deine eigene verdammte Milch. Was ist denn das hier? Das ist Spur. Alter, warum zittert das? Was ist denn da? Das sind Leichensäcke. Ich folge aber mal dieser Milchspur hier. Bringt wohl irgendwie nichts, die Dinger hier zu drücken. Da ist Milch. Gehen wir mal hier lang. Wo ist jetzt die Milch? Ach, hier ist eine Milchspur. Vielleicht sollten wir hier lang gehen. Hallo! Das nervt mich. Bewegt euch! Bewegt euch! Ich will gar nicht so weit nach oben gucken. Es sind da zitternden Dinger da oben. Hier. Ja. Da. Da leben. Wo lebt da irgendwie was? Gruselig. Okay. Alter. Mach mal ruhig. Oh. Fällt es zu? Alter. Was geht denn ab bei euch? Was ist das hier? Mutter und Vater waren nie daheim. Ich war ziemlich einsam. Okay. Hä? Soll das so? Ich glaube, wir gehen einfach mal dahin, wo wir auf jeden Fall die Tür hatten. Wenn die jetzt immer noch da... Ja, da ist irgendwas. Au! Hier ist sogar eine Milchspur wieder. Wenn das nicht dieselbe ist. Ne, es ist eine andere jetzt. Aber... Wir sind wieder da. Ah, ekelhaft. Okay. Die Tür ist verschlossen. Mehr gibt's hier wohl nicht zu sehen. Wir gehen einfach mal hier raus. Bath in Wurst. Was auch immer das bedeuten soll. Okay, dann fragen wir halt unseren Vater. Das hatten wir schon gehört. Aber jetzt müssen wir da wieder rein, oder was? Ähm. Gänserhaut. Was ist das hier? Achso, ein Puzzleteil. Hat das vielleicht das damit zu tun, dass wir hier ja irgendwie... Dass wir hier irgendwie diese... Okay, die Tür ist zu. Kommen die uns näher, oder was ist das? Ich schwöre, die bewegen sich. Alter. Ich hab grad eine richtige Gänserhaut. Muss ich jetzt mal... Hi. Ist okay, Kuh. Alles ist gut. Was denn... Ah! Aua! Jo, wahrscheinlich. Was geht denn ab bei... Ah, hier können wir interagieren. Ah, okay. Jetzt sind hier also unsere gefundenen Puzzleteile und das müssen wir jetzt zusammensetzen, oder wie? Äh... Da. Ähm... Das dahin vielleicht. Das dann da. Das kommt hier außen hin. Das kommt da hin. Das kommt da hin. Jetzt fehlen uns noch zwei da. Oben haben wir ja eins, was wir hier sehen können. Und wie komm ich hier jetzt wieder raus? Ah. Hallo. Bleib bloß weg. Ich will gar nicht so viele Schritte gehen. Immer wenn wir einen Schritt machen, dann tun sich hier die Dinger überwegen. Ist ja eklig. Ah! Alter! Das war gemein. Ich bin im Versuch, Milch einzugießen. Ich habe es... Ey, ich habe so viel verschüttet. Ach so, jetzt... Warum denn das? Was soll denn das bedeuten? Hat sie... Schuldgefühle wegen der verschütteten Milch, oder was? Vielleicht verbindet sie ja jetzt... Dieses Trauma... Oma... Diese... Was ist das denn hier? Mutter hat Vater immer nachgewunken, wenn er zur Arbeit gegangen war. Oder ist. Okay. Na gut. Können wir jetzt wieder rausgehen, oder was? Vielleicht können wir jetzt mal sehen, wie viele Bilder wir jetzt haben. Ähm... Vielleicht verbindet sie ja... Also vermischt sie ganz viele Gedanken. Oh, hier ist es fröhlich. Oh! Alter! Hier scheint es fröhlich wieder zu sein. Dieses... Schön hell und so. Das ist immer die Gegend, die ich am schönsten finde. Das Haus ist echt gruselig, Mann. Und, ähm... Ja, also vielleicht verbindet sie ja das... Das hier... Das Ganze... Die verschüttete Milch und... Das Blut mit der Milch. Vielleicht vermischt sie halt den Tod ihres Vaters. Mit, ähm... Der verschütteten Milch und so. Also die vermischt ganz viele Sachen, die für sie schrecklich waren. Was ist das jetzt hier? Wir sind jetzt in der Garage. Äh... Hier sind noch mehr Rechnungen. Aber hatte der Vater nicht ein Autounfall? Oder haben sie ein neues Auto? Hm. Was sollten wir hier... Was sollten wir denn hier machen? Sollen wir hier über die Straße gehen? Oder... Äh... Warum gucken mich da so viele Leute an? Die sehen alle aus wie der Vater. Kommen wir hier auch rüber irgendwie? Jetzt. So. Und jetzt. Äh... Okay. Wie soll ich jetzt... Da hinten ist ein kaputtes Auto oder sowas. Äh... Ich hab's jetzt nicht gelesen. Was stand denn da? Ihr könnt ja... Ihr könnt's ja nochmal sehen, aber... Ich hab's jetzt geschafft. Wir sind durchgekommen. Ist das umgeknickt? Ist das wahrscheinlich... Das kaputte Auto? Ich auf dem Weg nach oben. Vater hat üblicherweise da oben gearbeitet. Vielleicht können wir mit einem Puzzle... Vielleicht können wir mit einem Puzzle spielen, wenn er nicht zu böse ist. Äh... Alles klar? Das war gerade ein Schuss. Finde das heraus. Das war doch gerade eindeutig ein Schuss. Das war eindeutig ein Schuss. Oh, Junge, Alter. Das ist übel laut. Sag mal, zeigt das das, wo wir langgehen müssen? Oder wie? Ja... Äh... Äh... Alter... Was war das? Alter! Das war wieder der Schuss. Ja... Wir gehen einfach mal weiter. Junge. Diese Geräusche, ne? Die machen mich schon irgendwie fertig. Dieses ewige... Ja, macht doch noch lauter. Das wird halt immer extrem laut. Warum ist hier die Milch? Ja, ist gut, Mann. Warum ist die Milch denn hier? In einem Haufen voller Autoschrott. Ja, meine Güte. Aber jetzt klingt das eher wie ein Autounfall. Also wie Schrott, das durch die Gegend fällt. Oder fliegt. Ja, meine Güte, ey. Ist das wieder der Vater? Ich finde das heraus. Das... Das sieht immer so gruselig aus, der Typ. Ey, was ist mit dem? Okay. Was ist denn das, was hier mal knallt? Das klang eindeutig nach einem Schuss. Da ist so ein komischer Schädel wieder. Wir gehen runter. Direkt. Ich will dieses Foto haben. Oh ja, es ist laut, ey. Diese Hupe. Oh ja. Junge, ey. Das ist heute ja immer lauter. Kann ich ja überhaupt nicht. Das war ein Schuss gegen ein Glas oder sowas. Da unten ist wieder ein Bild. Ja, meine Güte. Geh weg. Nein, ich werde nicht weggehen. Alter. Das sieht ja ekelhaft aus. Haben wir jetzt das Bild? Ne, hier ist das Bild jetzt. Ach. Du Scheiße. Jo. Krass. Hier haben wir die Waffe. Dieser Leichensack. Das Bild auf jeden Fall. Er hat sich eindeutig erschossen. Auf dem Bild. Die Milchtüte. Und das Auto. Alter, ekelhaft. Gittigitt. Wollen wir da jetzt zurückgehen? Ne, müssen wir schon da jetzt rein. Ist das vielleicht... Ich weiß nicht, was soll denn das bedeuten? Dieses schreiende Gesicht. Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal hier wieder zurück. Und öffnen die Tür. Krasser Scheiß, ey. Gut. Dann sind wir wieder hier. Wir müssen anscheinend auch immer diese Bilder finden. Ein Bild fehlt uns noch. Oh, jetzt müssen wir da in dieses Haus gehen. Diese Musik zeigt einem auch wirklich, wo man hingehen soll. Das ist gut, finde ich. Na gut, dann gehen wir mal hier rein. Oh nein, ist schon wieder das, Alter. Alter, dann übel von... Welcome. Welcome. Amen.